Von euch. Bist du das? Nein? Ah, da haben wir ja schon. Tschöna Zinit! Danach haben wir die Noemi Mais mit Satipi Pandora. Wer ist? Da ist die Noemi wieder frisch. Hallo. Hallo. Da hinten dran. Dann haben wir die Tschöna Zayla mit Prinz B. Ah, gut. Und die Kim Sonntag mit dem Ungebräckers Halleluja. Was bist du? Wer seid denn hier? Das hat doch gar nicht angefangen. Also, hier hinten haben wir die Tschöni mit Luna. Wenn ihr jetzt alles weit seid, wollen wir anfangen. Wie schaut's aus? Arme, Shanna. Gut. Dann beginnen wir mal mit der Handsteller. Hier traf mal bitte an. Frothee. Frothee Longley. Und jetzt geht's gut. Dankeschön. Krabbeln und Fleischkrabbeln. Und bitte aussitzen. Dankeschön. Und da hinten in der Ecke könnt ihr das abkürzen. Reicht, oder? Ja. Anfabeln und Fleischkrabbeln. Abkürzen Okay. Okay. Wie soll es wissen? Dankeschön und wir dürfen abkürzen und schritten einfach in die Anschließung. Diana bitte, Antraben und Weistraben. Bitte dann aussitzen und durchführen zum Schritt und ihr könnt ihr auch einfach schräg haben können. Dankeschön. Jetzt haben wir die Kinder. Achso Quatsch. Jackie, bitte Antraben und Weistraben. Bitte mal aussitzen. Und dann bitte Schritt und Hinten anschließen. Dankeschön. Vielen Dank. Wie schaut es denn aus? Können wir noch eine lange Seite traben? Ich frage ja nicht, wie die führen müssen, dass ihr noch traben könnt, das weiß ich. Packen wir es noch? Okay. Abteilung Trab und bitte aussitzen. Und bitte durchführen zum Schritt. Und das hat uns Erfolg gemacht. Sagen laut. Was brauchst du? Ich bin hier. Plus Preise, plus Preise, plus Preise und Steine. Hier sind die Preise. Wir marschieren jetzt auf, anfangen die Links. Und die anderen marschieren einfach dahinter auf. Halt, danke schön. Mit Peitsche, mit Peitsche, mit Peitsche, mit Peitsche. Mit Peitsche, mit Peitsche, mit Peitsche, mit Peitsche. Trink Peitsche. Herr Müller, ich brauche jetzt Ihre Arme. Hallo, schönes Viertag. Was siehst du jetzt? Nur drei Stehen. Wir sagen jetzt erstmal Dankeschön für die schöne Vorruhe. Wir haben das so toll gemacht. Ja, das geht doch besser. Oh, herrlich. Oh, herrlich. Oh, herrlich. Oh, herrlich. Oh, herrlich. Oh, herrlich. Petra. Wir warten noch bis. Frau Bückner. Das geht. Wir sind alle vom Jahr Elza geboren, wir haben keine Spanke mehr. Nächste Ruhe.